Ja, toll. Jetzt stehen wir wieder hier. Den Funksprung absetzen hier wieder? Nö. Guck mal, da oben haben wir was übersehen. Jetzt müssen wir es auf. Ein Denkmal. Ein von den Dorfemunden errichtet das Denkmal zu Ehren der gefallenen Klone des Venetors. Die gesamte Galaxis hält die Jedi für Verräter. Nur wenige kennen die Wahrheit. Oh, das schaut echt schön aus. Siehst du? Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge. Den habe ich vorher auch noch nicht gesehen, den Gang. Der Tunnel war überflut. Wie konnte es dazu kommen? Ertrunken. Eine doch plötzlich Katastrophe ausgelöst. Flutwild hat die Gratunin in diesem Gang getötet. Okay. 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 Guck mal einer an. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier noch einen Gang finden. Warte mal. Ach lol. Da kommen wir da unten wieder raus. Ja, nee, da wollen wir nicht hin. Wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen hier rein. Wir müssen Richtung Venator-Kreuzer. Aber wenigstens ist gut zu wissen, wo wir hier rauskommen. Wir müssen uns jetzt hinten an diesen Jotas vorbeizwängen. Ich bin fasziniert. Ich bin fasziniert. Da hinten. Da hinten ist der Droide. Du wirst nie wissen, wo wir sind. So, tue ich da. So, tue ich da. Ja, oh, wieder. Das ist halt auch ein Witz, wenn du dann da festklebst und nicht reinkommst. Schaffen wir das? Das ist halt ein Hit, gell? Das ist ein Hit. Das ist schon krass. Ich wollte jetzt echt mal versuchen, ihn zu killen, aber wir lassen ihn jetzt einfach. Aber wir sind da nicht stark genug. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, er hätte einfach vorbeilaufen sollen. Ich habe es wieder nicht getan. Wieder Angriff und wieder auf die Nase gekriegt. Obwohl wir jetzt so schön an dem anderen vorbeigekommen sind. Das ist doch auch schon richtig weg. Aber jetzt ist ein Thema. Aber hier ist auch schmerzt. Ha! So, da durchschlupfen... Der Gang müsste noch offen sein... Hier ist der... Weg, 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 weg! Alter! Du scheiß Klumpfuß! Ja was? Was machen wir mal gegen den Bauch hauen? Komm! Ich hasse diese Viecher! Oh! Oh, ich kenne sie ja zum Glück schon! Oh! Oh! Ich glaub, der liegt schon ein bisschen länger hier... Gut, dass sie wieder auf mich zurückkommt. Danke für nichts! Trümmer der Republik! Boah! Ich bräuchte Hilfe, bitte! Du, das Wasser kannst du nicht, weil es so giftig ist, oder was? Ich hab dir das richtig kapiert! Oh! Was machst du denn hier? Ich hab sie! Ja, schön, hab ich gesehen, dass du mich hast! Sie können nicht entkommen! Au! Au! Hm... Oh Mann! Oh! Ich dachte, er kann da nicht rein. Bin ich minderwertig, ja? Ist ihm so. Mein Gott. Kerl, du lässt dich aber auch so leicht verprügeln. Du musst das ja aufladen, BD. Warum? Warum musst du das jetzt aufladen? Ach, dass die Tür aufgeht, oder was? Ne, hä? Nochmal. Wir probieren es nochmal. Das war mir jetzt gerade nicht so ganz schlüssig, warum wir das jetzt aufladen müssen. Wenn ich jetzt reingehe, wollte ich gerade sagen, sterbe ich. Vorwärts, BD. Es gibt hier einen Trick. Es muss hier irgendwie einen Weg rüber geben, aber ich bin gerade blind und sehe den Weg nicht. Ah, hier. Nee. 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 Aber ich muss auf jeden Fall damit irgendwas machen. Schön, dass du da bist, BD. Warte mal. Ich kann doch nicht so beschadet sein, oder? Irgendwas übersehe ich, aber ich weiß nicht was. So. 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 So.